Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute geht es um, naja, etwas Angenehmes und zwar was, was euch wieder die Organisation von eurem Code stark erleichtert, damit ihr auch wisst, was ihr da eigentlich tut. So, ähm, kleiner, kleines Beispiel, warum wir das brauchen. Wir haben hier die Klasse Computer und davon erben zwei Klassen Laptop und Desktop. Nun haben wir hier unten ein, äh, jeweils einen davon erstellt und haben die dann ausgegeben durch einen, ein Array von Computern. Was wir jetzt hier haben, ist im Endeffekt eine interessante Vererbungshierarchie, denn wir haben jetzt folgendes Szenario. Was würde denn passieren, wenn wir hier eine Variable Computer vom Typ Computer erstellen? Ups, Domp Computer, genau, Domp Computer, genau, äh, mit 3,0 Gigahertz, ähm, 16 Gigabyte RAM und keiner Grafikkarte. Keine Grafikkarte. So, ähm, gut. Gut, jetzt, was genau ist denn mein Computer? Ähm, wenn ich den jetzt hier hinzufüge, kann ich den auch durchaus noch ausgeben. Ich kann damit eigentlich so ziemlich alles machen, was ich mit einem Desktop und mit einem Laptop auch machen kann, nur, dass ich halt die Funktionen, ähm, von einem Desktop oder Laptop nicht habe, ja. Aber was bleibt denn rein logisch gesehen noch übrig? Welche, welche Art von Computer bleibt denn noch übrig, wenn wir keinen Desktop-Rechner oder keinen Laptop haben? Vielleicht ein Tablet? Ja, aber warum habe ich dann keine Unterklasse von Computer gemacht für Tablet oder für Handy? Denn es macht so eigentlich keinen Sinn. Denn wenn wir hier jetzt ein Handy damit meinen, dann müsste auch diese Beziehung gelten, dass jeder Desktop-Rechner ein Handy ist und jeder Laptop ist ein Handy. Nicht jedes Handy hat zum Beispiel, ähm, alles, was ein, oder nicht jedes Handy ist auch gleichzeitig ein Desktop-Rechner. Aber jeder Desktop-Rechner muss dann ein Handy sein, wenn wir hier Handys mit meinen. Und das macht logisch gesehen einfach überhaupt keinen Sinn. Wir müssten, um Handy vernünftig zu implementieren, eine neue Unterklasse von Computer erstellen. Wir müssten auch eine neue Unterklasse von Computer erstellen für Tablet, okay? Und deswegen sollten wir eigentlich gar nicht in der Lage sein, das hier zu schreiben. Wir müssten eigentlich uns selber verbieten, sowas zu tun. Denn sowas macht logisch gesehen keinen Sinn. Und von der Anwendung her später vielleicht auch nicht mehr, je nachdem, was wir für einen Code haben. Und dazu, meine Damen und Herren, gibt es abstrakte Klassen. Das heißt, wir sagen hier, hey, diese Klasse, die hat einige Sachen, ähm, naja, du kannst keine Instanz davon erstellen. Aber schau mal hier, das muss jeder kommen, jede Art Computer muss das können. Nur ich weiß nicht, wie das wirklich die konkreten Computer machen. Und deswegen kann man hier einfach statt Open, weil abstrakte Klassen müssen immer vererbt werden. Die kann man ja nicht instanziieren. Das heißt, ich muss immer von einer abstrakten Klasse erben, um sie überhaupt irgendwie in meinen Code einzubinden. kann man Abstract Class schreiben. Abstract Class Computer. Und jetzt kann ich das hier nicht mehr tun. Was ich allerdings tun kann, ist, ich kann hier reinschreiben, hey, schau mal, jeder Computer kann, ähm, wird geprintet. Das kann ich hier durchaus schreiben. Ich kann aber, oder hat die Möglichkeit, geprintet zu werden. Ich kann aber auch zum Beispiel schreiben, jeder Computer hat die Möglichkeit, angeschlossen zu werden, beziehungsweise angeschaltet zu werden, ja. Aber es ist immer unterschiedlich. Bei einem Laptop muss ich erst den Deckel heben und dann muss ich auf den Anschalter klicken, weil der Anschalter innen drin ist. Bei einem Desktop-Rechner muss ich zunächst einmal einfach den Strom anschließen und dann auf Anschalter drücken. Das ist immer unterschiedlich. Wisst ihr, was ich meine? Jede Unterklasse von Computer macht das anders. Und deswegen können wir hier nicht wirklich eine Funktion schreiben, ähm, turn on und da dann reinschreiben, print line irgendwas, ja. Also zum Beispiel auf Anschalter drücken. Das funktioniert so nicht, denn es ist ja nicht bei jedem so. Es ist eigentlich bei keinem Rechner so. Ich muss zum Beispiel meinen Desktop erst an Strom anschließen, bevor ich ihn anschalten kann. Und deswegen muss man hier vorne dran schreiben, das ist eine abstrakte Funktion. Und eine abstrakte Funktion ist einfach nur da, aber sie hat keinen Code. Und das ist jetzt das Tolle daran, denn jetzt werden wir in den beiden Unterklassen hier gezwungen, also sowohl in Laptop als auch in Desktop werden wir gezwungen, diese Funktion hier zu überschreiben. Das heißt, wir werden gezwungen, damit wir die Klasse Laptop überhaupt benutzen können, eben diese Override Fun Turn On zu schreiben, Turn On. Und jetzt muss ich hier irgendwas reinpacken. Und zwar zum Beispiel Print Line Deckel auf, äh, beziehungsweise Open Print Line Press Button. Und hier kann ich einfach schreiben, hey, ja, okay, ähm, ich überschreibe diese Funktion genauso. Ähm, nicht mit Open, sondern mit, ähm, Connect to Power. So, und jetzt habe ich sozusagen hier meinen PC, also meinen Desktop und meinen Laptop jeweils, ähm, diese Funktion gegeben. Aber durch diese abstrakte Klasse hier weiß ich, jeder Computer kann angeschaltet werden. Jeder Computer kann das. Was nun passiert ist, ich kann hier in meinem Array diese Funktion einfach auch wieder aufrufen, nämlich Turn On. Obwohl eigentlich die Klasse Computer gar nicht weiß, wie man den auch eigentlich anschaltet. Wenn ich jetzt das hier oben nicht reinschreiben würde, und ich würde hier dieses Override weglassen, dann könnte zwar jeder Desktop und jeder Laptop angeschaltet werden, aber das hier würde nicht mehr gehen, denn das ist ja nur ein Array von Computern, ja. Und nicht jeder Computer kann angeschaltet werden nach dieser Implementierung gerade. Jeder Desktop kann angeschaltet werden, jeder Laptop kann angeschaltet werden, aber nicht jeder Computer. Denn in der Klasse Computer habe ich diese Funktion hier gar nicht drin. Also kann mein Computer nicht angeschaltet werden, also kann ich auch logischerweise in einem Array, was nur aus Computern besteht, nicht alles anschalten. Denn es könnte ja jetzt rein theoretisch sein, dass ich diese Funktion nur im Laptop habe und in meinem Desktop habe ich die gar nicht. Also rein von der Implementierung her. Denn die abstrakte Klasse Computer zwingt ja nicht alle ihre Unterklassen dazu, diese Funktion zu haben. Sondern sie sagt einfach nur, hey, macht was ihr wollt, wenn ihr Turn-On habt, ist okay, aber ich setze es nicht voraus. Und das heißt nicht, also der Desktop muss das zum Beispiel nicht haben, sprich ich kann das hier nicht einfach voraussetzen und jeden Computer anschalten. Und deswegen bringt es mir nichts, wenn ich nur Turn-On in jeder Unterklasse implementiere, sondern ich muss es auch abstrakt in meiner Oberklasse definieren, in der Computerklasse, damit ich wirklich sagen kann, jeder Rechner kann angeschaltet werden. Wie? Das entscheiden die Unterklassen. Die müssen das aber implementieren und die sind dazu gezwungen, das zu implementieren. Genau. Und ja, das ist im Endeffekt auch ein netter Mechanismus, wenn man zum Beispiel nicht weiß, was genau eigentlich oder wie genau das Ding funktioniert, sondern das nur die Unterklassen wissen. Also denkt zum Beispiel auch an Sortieralgorithmen. Wir können einfach eine abstrakte Klasse Sortieralgorithmus haben, die überhaupt nicht weiß, wie eigentlich der Algorithmus aussieht, aber wir können dann die Unterklassen dazu zwingen, die Funktion Sortieren anzuwenden. Und das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Ja, und das war es erstmal wieder von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir gehen natürlich noch einen Schritt weiter nächstes Mal und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.